Und damit sind wir auch wieder zurück bei einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Wir sind stehen geblieben, dass ich ins Pausenmenü gehen musste, weil Lara und Sophia sich gerade unterhalten haben und den Dialog werden wir auch direkt fortsetzen. So, was finden Sie Sophias Ausrüstungstruhe? Ja, okay. Entschuldigt. Ja, ein bisschen Wusten habe ich noch. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Ja, ab hier fährt nur die Ausrüstungsgegenstände. Schön. Ja, du besser nicht sterben. Nach der Avalanchen, ich habe ein bisschen Blip, ein Brief Echo, aber ich werde es verletzt, wenn es nicht dein Geist ist. Ich weiß, ich habe es gehört. Ich weiß, dass du überlebt, zumindest die Avalanchen. Ich habe nicht gehört, aber ich werde versuchen. Ich weiß, dass du mir gesagt hast, um zu gehen, um zu sein, aber... Hast du wirklich erwartet, dass ich dich hier verlassen habe? Komm schon. Du solltest mich besser als das kennen. Das ist eigentlich krass. Also, die... Vor allen Dingen, alle haben sie anscheinend ein Aufnahmegerät dabei. Es müssen hier vor allen Dingen mehrere sein, ne? Also, mindestens so zehn Stück immer. Die sie dann irgendwo rumliegen lassen. Nehmen ein bisschen was auf und dann lassen die das einfach irgendwo rumliegen. Wir sind da so, wie Galera immer an einem Feuer vorbeirennt. Immer so die Hände da hin und... So, gut. Machen wir hier kurz Luki-Luki, was es dann gegebenenfalls noch gibt. Was haben wir hier? Kartenaktualisierung. Perfekt. Können wir nämlich mal fix drauf gucken. So, was haben wir hier? Wir haben da auf jeden Fall noch was. Okay, von da geht's da rüber. Von dort geht's da rüber. Ähm. Achso, wir müssen hier hin. Ja, das hier ist ja dann... Ello, das haben wir ja auch noch, die wir machen müssen. Hält mir grad ein. Aber das wird noch wahrscheinlich damit... den ganzen Kram ringsherum in Verbindung bringen. Wird man das wahrscheinlich auch machen, ja. eigentlich verdünnt, dass ich da nicht rankomme. Was ist mir da? Oh, 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 oh. Das wird keiner übersehen. Was halten sie, RT gedrückt, bis der Schuss voll aufgeladen ist, bevor sie abfeuern? Bevor sie abfeuern, so rum. Äh. Ach, das geht wohl nur einer? Jetzt bin ich überfragt. Ich dachte, es gehen gegebenenfalls mehrere. Achso, es gehen mehrere. Was raffe ich das denn? Jetzt kann die da ran. Und kann da dran. Jetzt hab ich's geraved. Alles klar. Okay, 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 okay. Ich verstehe. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Das müsste doch dann eigentlich hier sein, oder? Nee, das ist da drin irgendwo. Okay, da komm ich dann jetzt anscheinend nicht direkt ran. Okay, ich glaube, ich soll dann... Könnte ich da rüberspringen, würde das klappen? Sicher, ja klar. Wenn ich hier... Die Kiste muss... Ach, die muss da unten irgendwo sein. Da müsste ich ein Stück runter, sehe ich gerade. Muss da irgendwo sein. Eigentlich wäre da... Also entweder ich kraxle da lang... ...oder ich kraxle hier hoch. Das... Ich glaube, es ist vielleicht schneller, wenn ich hier lang... Hier müsste nämlich auch irgendwann noch so ein Münzversteck sein. Das könnte ich nämlich eigentlich geblieben gleich... So, habe ich das Münzversteck? Ja, so, jetzt muss ich mal gucken. Wegpunkt setzen. Wo war das? Da oben. Okay. Oh. Was hat das mit der Fahne auf sich? Ach, das ist eine Herausforderung. Okay. Was? Da kommt man nicht rein. Okay. Ähm. Also müsste ich auch die ganzen Fahnen noch... Das sind auch noch eine Herausforderung. Okay. Ey, wir haben noch ordentlich was zu tun später. Sehe ich gerade. Ich dachte mir so, naja, es werden so ungefähr an die 40 Folgen. Ups. Ich hätte jetzt so gelacht, wenn die jetzt draufgegangen wären. Das wäre dann... Ich hätte mir dann wieder eine absolute Fehl geworden. Ich dachte, das wären so 40 Folgen. Und dann... So are we ready und durch und alles... Schön. Aber das wird echt viel sein. Ich kann eigentlich dann noch dauern, nur später hoffen, dass das echt nicht lehnen wird. So, sieben von den Dingern. So, sieben von den Dingern. Ups. Ja, das ist rot. Das ist grün. Ist vielleicht da hin, oder? Fast. ok und wo können wir das hier machen? ich denke mal das da muss ich auch kaputt machen Entschuldigt Ah Gott So was haben wir hier? Hier haben wir noch einen Tone Band Das werden wir auch mitnehmen, keine sorge Schwere Pistole Ich für meinen Timer Mein Timer und ich Rüchte dich Es muss sein, Triniti Es ist die einzige Explanation Looks wie sie uns mit dem Bunche nachher Ich habe schon seit den letzten Stunden Beide auf ihre Patrolen Ich denke, ich kann bei ihnen Wenn ich es richtig Sie sind immer besser als ich an das Wenn Sie da sind und Sie hören können, bitte Tief Sei vorsichtig Ton Band Nummer 2 ne Das was ich vorhin gesagt habe Wir müssen alle mächtig viel dabei haben Und das hier überall liegen lassen können Ok tiefer Schnee Das bedeutet hier könnte ich gegebenenfalls auch für irgendwas wegrennen müssen Oh Da liegt nämlich noch einer Ach das lässt sich nicht irgendwie runterziehen Ok Ich darf das funktioniert Geheimnis entdeckt Oh ich sehe gerade da Was ist ein Wandgemälde? Eigentlich dachte ich Vorratsschuppen Ähm Moment Moment, 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 Moment Ich gehe nochmal ganz kurz zurück Da zurück, da war zurück Wenn ich das richtig sehe, ist 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 hier beim Vorratsschuppen Hey Willkommen zurück Hey Sehr diskret, das ist auch cool Ok, was haben wir hier? Weihnachtswerkzeug, was ist das da? Kommando Outfit, ah ok Was ist das denn, nehme ich auch mit? Was ist das denn, nehme ich auch mit? Wird automatisch an allen Gewehren angebracht, aber das ist das, nehmen wir auch noch mit So, aber ich wollte eigentlich, da gab es nämlich noch was, überlebensversteck, das muss ja hier draußen irgendwo sein Da unten, oder? Muss da mit Sicherheit irgendwo sein, kommand da drüber? Ich weiß, wie kommt da hoch Eigentlich dann da runterhuppen, könnte es natürlich sein, dass ich dort binanlos in den Tod springe Ach, dass sie da nicht, dass sie da nicht durchrennen So, aber hier Ich weiß nicht Schuss, aber hier Schusten Ich weiß nicht, dass die Ich weiß nicht, dass sie in die Got to find shelter. I should never have doubted you, Dad. I wasn't there when you needed me most. I'm sorry. I'll make them see that you were right all along. That you sought the truth, not fairy tales. I'll make it right, Dad. I promise. Lara. It's time. Jonah's waiting. Jonah. No, Noah. She said it. She said it. She said it. She said it. I have a good match. Was ist das? 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 Was ist das?